Oh mein Gott. Hast du schon die Englischsprechende da? Ne, 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 ne. Glaub ich nicht. Hup, Creeper. Ah. Hast du schon wieder rumgebumst? Bist auch nur am Bumsen, ne? Natürlich. Grundsätzlich. Vernünftig, so ist richtig. Als die Malerlehrlinge übrigens fertig waren, habe ich mich geärgert, dass ich davon keine Bilder gemacht habe. Wenn ich mich mal selbst vergebe, dann könnte ich kotzen. Machst du mal die Tür zu, wenn du reinkommst? Also, dann würde ich jetzt sagen, ging jetzt zum Mond. Ach, von hier aufs direkt zum Mond. Achso, das geht natürlich auch. Ich muss ja erst die Rakete holen. Ist die auf den Mond? Warum hast du die auf den Mond gelegt? Weil da unsere Base ist. Und ich habe die jetzt in irgendeine Kiste reingelegt. Ach, stimmt. Na, den Power zum Start. Ja, ich muss noch ein bisschen hierbleiben. Ich habe nicht genug Power, um hier wegzukommen. So, Tier 3. Und da sind die Rocket Launch Pads. So, jetzt reicht's. Muss ich die ja auch nochmal auffüllen, ne? Nina ist wach! Ich halte es nicht aus. Die Nina ist wach! Hi, Nina! Guten Morgen, Nina! Na, gut geschlafen! Du hast, äh, eine actionreiche Zeit verpasst. Stargate ist eine Quest. Ah! Ist... So, die brauchen nochmal was. Die Kohle wurde noch nicht umgelegt und das Spinnenauge hat noch nicht. Gut. Das hier kann noch da rein. Dabei ist die Frage wo, weil wir nämlich bei den meisten schon 80% haben. Ach, da! Stargate! SG Minecraft. Leere Faschen kommen jetzt hier rein. Na, Quader braucht man dafür. Na, Quader klingt schon echt nach Stargate, das stimmt. Hier ist kein Platz mehr. Toll. Nein, wir haben... Ja, mein Freund, natürlich haben wir ein Verhältnis. Was sagtest du denn? Wer denn? Wir beide. Echt? Wir haben ein Verhältnis? Ja. Wer fragt das? Ach, Sam, nicht schwitzen. Ich hab nicht mehr so viele Taschentücher zum auftopfen. Topfen, 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 topfen. Na, Quader? B-Quader? Was? Na, Quader. So. Was gibt es, wenn man das sieht? Egal. Ne, nicht egal. Vielleicht kriegt man da dieses Na, Quader raus. Oh, guck mal, dein Polytool ist in Linas Inventar. Sehr gut. Bamm, bamm, bamm. Glied ore, Crash, Silber und Glied ore krieg ich dann aus dem Metal raus, aus dem Venus. Das will ich nicht, das ist langweilig. So, weg. Hast du die Rakete jetzt? Ja, die Rakete habe ich, aber ich muss nochmal tanken. Aber wir müssen eh Strom erstmal besorgen und alles bauen, damit wir überhaupt da irgendwie wieder hoch werden, ne? Ja, ich kümmere mich jetzt erst mal ums Volltank. Ach ja, wir brauchen eine Menge Zeug, zum Beispiel brauchen wir sowas hier. Dann brauchen wir Stirling-Generatoren, die müssen wir erst mal wieder bauen. Was hast du denn? Ich muss dir mal einen Schluck trinken. Prost. Ups. Hallo Sam. Was hast du für ein Problem? Nix, nix, nix. Gut. Dachte ich mir doch fast. Ein Furnace, ein Piston, ach so ne Scheiße brauchen wir wieder, ey. Haben wir überhaupt noch Eisen? Ja doch, Eisen haben wir noch. Dann brauchen wir Stone. Cobblestone erstmal. Im ersten Sinne. Wir machen mal acht Stück, würde ich sagen. So, dann haben wir acht Furnisse. Warum lachst du schon wieder so? Hi Sunny. Ähm. Dann brauchen wir acht Pistons. Acht Pistons, so viel Holz hab ich gar nicht. Um acht Pistons zu machen. Wieso hab ich jetzt plötzlich zwei Refinaries? So, 38 mal 3 sind 24, dann reicht das. So. Warum lachst du denn die ganze Zeit? Was ist denn los bei dir, ey? Roten Stone. Ich bin alles kaputt gemacht. Du? Ja. Es fällt aber nicht auf. Warum machst du denn sowas? Weil ich's kann. Ach so. Wieso kann... Was fehlt mir denn jetzt? Du musst doch auch dieses Zeug hier irgendwie rauskriegen, oder? Kann man das nicht irgendwie da drauf stellen? Was willst du wo drauf stellen? Acht. So. Danke. Hey, Vanny! Na, altes Haus? So. Ach, das hat hier so gerochen. Mensch. Ah, ja. Ich bin gewundert. Was aber nicht? Basic Gear, dafür brauch ich 16 Stück. Das heißt, ich brauch jede Menge Sticks und noch mehr Kabel. Na Sam, kannst du ruhig zugeben. Hast du Cobblestone? Äh, in irgendeiner Kiste unten bestimmt. Wo? Kann man das nicht hier irgendwo drauf stellen und das saugt sich dann von alleine ein? Nee, das geht nicht. Ich brauch Cobblestone. Hast du welchen oder hast du keinen? Arnie riecht. Arnie stinkt wieder vor sich rum. Cobblestone! Ja, unten in der Kiste! Hinten links! Hinten links! Oh, was zu essen! Hab ich im Emmentar. Egal, ich komm jetzt hier. Oh, Cobblestone. Ich nehm mal ein bisschen was mit. Da können wir auch mal was einsortieren ins Lager hier, damit wir mal... Muss ja nicht alles versiebt werden. So, dann sortieren wir erstmal so ein bisschen was davon weg. Das behalten wir mal im Inventar. Jetzt brauchen wir Basic-Case, wir brauchen 16 Stück. Wir können nur 15 bauen, na danke. Was fehlt? Eben, deswegen brauch ich sie aber nicht gestank. Sticks fehlen. Hab schon gedacht, die ist tot. Jedes Mal, wenn ich bei LOL reingeguckt habe, war sie nicht da. Was? Sich dann aber bei mir beschweren, wenn sie nicht, wie nicht da sind. Weil die ist doch immer online. Nee! Guck mal, morgens um 3 Uhr noch LOL. Da ist ja nicht mehr da. Warum kann ich jetzt... Wieso... Wieso was... Achso... So, geht doch. So, haben wir 16 davon. Was brauchen wir... Was brauchen wir noch? Äh... Stonebricks brauchen wir alles. Klar, hab ich nicht. Haben wir Stonebricks irgendwo? Bildhank ist voll. Wo soll ich denn hinfliegen? Ach, noch gar nicht nirgends wohin, ne? Noch, äh... Wäre scheiße, wenn du da irgendwo hinfliegen würdest. Gut, wie komm ich hier wieder raus? Acht. Fertig. So, Rest kommt weg. Einfach nur Rechtsklick. Da war ja was. Oh, irgendwo haben wir auch Stonebricks gehabt. Das weg... Wer hat denn mein Inventar aufgeräumt? Ich hasse das. Das System hat mein Inventar aufgeräumt. Da steht auch noch ne Kiste rum mit 30.000 Sternen. Wo kommen denn diese ganzen Sterne her? Die hab ich mal irgendwann hergestellt. Okay. Machst du sowas öfters? Das nimmst du mit... Ja, ab und zu stellen wir mal Sterne her, ne? Das ist ja ganz normal. Okay. Ähm... Flieg mal zum Mars und hol dir da das Essen und das Leben. Flieg mal zum Mars? Ich könnte doch reintivieren und auch hier gehen. Also den Pforten. Meine ich doch. Mh, aber irgendwo noch einmal. Ja. Einen ganzen. Auch noch einen. Kann machen. Ja, ne? So. Was willst du machen? Einmal. Du kannst dir vor allem mal so ein Teleporter-Scheißzeug bauen. Ich kümmere mich darum, dass du Strom kriegst da hinten. Einmal hier. Kannst du mal zum Mars? Ich hab einmal genug. Nein, ist egal. Ja. Flieg erstmal zum Mars. Mach das. Mann macht mich echt fertig. Ist das ein Kompliment? Nein. Doch. Sehr schön, ich bin nicht am Mars gelandet. Du solltest vielleicht auch am Mars einstellen? Hab ich doch gemacht, aber in dem Moment war ich schon weg. Ich dachte, das Ding heißt auch Chemical Decompressor, oder nicht? Ich dreh am Rad hier. Wie finde ich den jetzt nicht? Hab ich es falsch geschrieben, oder was? Aber komisch, ich hab mich unter Decompressor ja auch nicht gefunden. Ah, Chem-e-kel-decompressor. Ah, ich bin tot! Wieso? Wurde getötet bei Magic! What the fuck? Und ich bin jetzt irgendwo im Nirgendwo! Magic! Uuuu! Scheiße! Irgendwo im Nirgendwo. Ach, da ist ja schon wieder Pistons! Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss! Pistons brauch ich! Ja, ich renne jetzt gerade hier auf der Venus rum, ohne irgendwie einen Anheizpunkt, wo ich hin muss! Ach! Also kein, kein... Muss ich jetzt da hin, damit du Koordinaten hast? Vor allem, ich bin tot! Ich hab kein Leben, keine HP und ich ersticke! Wie kann ich denn hier in den Venus, äh... Dial-Bands... Nein, Dial... Okay. So, dahin muss ich rein. Ich bin... Wo muss ich vielleicht hier hin? Warum bist du denn hier tot? Dein Ding liegt hier noch. Ja, eben! Ich wurde wegen Magic... Frag mich nicht! Ich weiß es nicht! Dann hast du noch einen Todespunkt eigentlich! Soll ich dir die Koordinaten sagen, hier? Ich hab hier keinen Todespunkt! Minus... 176! Ich hab hier irgendwie ne Stadt, ja, aber, äh... Minus 176! Jetzt bist du schon wieder tot! Minus 176! Ja, ne, bis ich da bin... Ne, sorry, da komm ich niemals hin! Ja, report ich zu mir, Mensch! Ich steh hier und warte... Wenn ich nochmal tot bin! Wie, wenn du nochmal tot bist? Ich bin schwer tot! Wurde es fire boltet! Kommst du jetzt her, oder was? Geht doch! Was? Bin ich nicht! Ich bin auch schon wieder weg! Du hast dich zu mir geholt! Ich stand im Chat! Da stand er, aber ich bin immer noch hier! Ah, jetzt muss ich nochmal zurückkommen! Dann nochmal, ich bin hier! Okay! Klingt richtig! Und ich bin tot! Warte mal! Warte mal! Ja, sehr gut! Ich verbrochen den ganzen Strom, weil ich immer die ganze Zeit hin und her teleportiere! Dann bleib doch da stehen! Ja, bin jetzt da! Guten Tag! Ich seh dich nicht, aber das macht ja nix! So, jetzt bist du aber hier! Jetzt kann ich die Erde abbauen! Ja, jetzt bin ich hier! Ei, ei, ei! Da kriegst du die Tür nicht zu! Acht Stück brauche ich, das reicht! Acht Stück brauche ich, das reicht! Acht Stück brauche ich, das reicht! Ich brauche acht Stück, das reicht! Oh nein, ich sterbe schon wieder! Wie kannst du denn schon wieder? Geh doch in Game Mode! Mein Zeug ist nicht gekriecht! Ich kam nicht so schnell wieder in Game Mode! Muss ich jetzt wieder dahin? Warte, ich guck mal! Ich habe da hinten eine Stadt gesehen! Ich glaube, das ist unsere! Und was bin ich fertig? Ich?! Nein, würde ich niemals versuchen! Oh doch! Das ist dein tiefstes Anliegen, mich fertig zu machen! Genug Strom! Ja, das ist dann auch wichtig! Jo, was haben wir noch? Äh, Zuleitung brauchen wir noch! Zuleitung! Die haben wir hier hinten, glaube ich! Da! So, das sollte reichen! Sturning Generatoren! Wir haben Kabel, wir haben Zuleitung, wir haben das! Alter, was ist denn hier los? Wir brauchen... Sind hier Viecher drinne! Wir brauchen auf jeden Fall eine Liquid Node! Haben wir hier eine, reicht! Ich habe hier aus Versehen was kaputt gemacht! Ich finde es, da kann ich auch nichts tun! Wir brauchen ein... Ne, das umgeteatete Zeug, das will ich nicht! Stack Upgrade brauchen wir auf jeden Fall! Wir brauchen normale... ...Transfer Nodes! Äh, Node! Äh, Transfer Node! Äh, Transfer Node! Alles klar! Transfer Node! Dann brauchen wir... Transfer Node, dann brauchen wir... Was habe ich jetzt gekauft? Kisten wollte ich... Die habe ich doch vorher hier gehabt! Wo sind die jetzt hin gewandert? Hier! Sechs Stück! Ne, das ist ein bisschen viel! Ähm... Genau, so macht man das! Meine Freunde, so macht man das! Ihr ist übrigens doch nicht mal aufgefallen, dass ich einen anderen Skin habe! Doch, iss mir! Ich habe es wohl... Wolltest du nicht sagen! Ich habe deine Haare gesehen, als ich mich angeguckt habe! Aber ich habe mir gedacht, nö! Du willst schon wissen, was du machst! Alter, wie schnell soll ich denn das Zeug anziehen? Ratsdohne! Kann ich das eigentlich auch abbauen, währenddessen ich dann noch stehe? Nacht, Wanni! Siehste? Was siehste? Er ruht schon wieder ab? Die ist müde, keine Ahnung! Die ist immer müde! Ich glaube, die ist schwanger! Kann auch sein! Wanni, bist du schwanger? Wenn ja, ich zahl nix! Wieso du? Ah, nix! Ich habe... Alles gut! So, dann haben wir... Kann ich den Grabstein jetzt abbauen, im Game-Mode? Und die Sachen trotzdem? Ich weiß es nicht! Kann ich auch nicht sagen! Speed Upgrades! Brauchen wir Gold, Gold Nuggets und Redstone-Blöcke! Rattenstein-Blöcke! Ja, von Sturi! Okay! Gold und Gold Nuggets! Ich habe fast kein Gold mehr! Das leidige Thema! Hallo! Hallo! Und was? Was fehlt denn? Gold, Gold Nuggets und Redstone-Blöcke! Habe ich doch alles! Habe ich doch alles!